Paales II ursprünglich Raniero di Bida war zwischen 1099 und 1118 Papst der katholischen Kirche. Leben Raniero wurde in Bleda in der Gegend von Forli geboren. Seine erste bedeutende Funktion übte er als Abt von San Lorenzo Furi Lemura aus. Von Gregor VII, 1078 zum Kardinalpriester von San Clemente erhoben, bekleidete er von 1089 bis 1090 die Kasekundenamt eines Legaten in Frankreich und Spanien. Am 14. August 1099 wurde er Papst, er war der erste bei seiner Intronisation gekrönte Papst. Im Investiturstreit folgte er der Politik seines Vorgängers Gregor VII, 1102 erneuerte er den Bann gegen Kaiser Heinrich IV., 1104 gelang es Paales, den zweiten Sohn Heinrichs IV., den späteren Heinrich V., zu einem Aufstand gegen den Vater zu bewegen. Die Einladung des Reichstages zu Mainz vom Januar 1106 über die Investitur zu verhandeln, schlug er aus. Stattdessen wurde auf der Synode von Guastala die Investitur durch den Kaiser erneut verboten. Im selben Jahr gelang es Paales II., den Investiturstreit in England zwischen Anselm von Canterbury und dem englischen König Heinrich I., zu schlichten. Im 9. Februar 1111 wurde in einem Vertrag zwischen dem Papst und Heinrich V., in Sutri festgelegt, dass der deutsche König auf das Investiturrecht verzichtet und im Gegenzug Paales II., Heinrich V., zum Kaiser Krönt und die Regalien zurückgiebt. Drei Tage später scheiterte der Vertrag, weil die weltlichen und die geistlichen Fürsten nicht zustimmten. Daraufhin nahm Heinrich V., den Papst und mehrere Kardinäle gefangen. Zwei Monate später stimmte Paales unter Zwang dem Vertrag von Pontemamolo zu, in welchem dem Kaiser das Investiturrecht zugesprochen und Heinrich die Kaiserkrönung zugesagt wurde. Ein Laterankonzil im darauffolgenden Jahr 1112 erklärte den Vertrag für nichtig, da er unter Zwang geschlossen worden war. Im Oktober 1112 wurde der Kaiser exkommuniziert, im Jahre 1117 zog Heinrich V. erneut gegen Rom. Mathilde von Tuszien hatte vor ihrem Tod ihre weitläufigen Besitzungen in der Toskana der Kirche vermacht. Als sie 1115 gestorben war, beanspruchte der Kaiser diese Gebiete jedoch als zum Reich gehörend. Paales musste aus Rom fliehen und konnte erst nach der Abreise des Kaisers Anfang 1118 zurückkehren, starb aber wenige Tage später.